Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und ich begrüße auch alle da draußen. Hier ist der Erik und wir haben Filme für euch mitgebracht, beziehungsweise nicht die Filme, sondern unsere Kritiken dazu aus der Sneak Preview. Den Film mit den vielen verschiedenen Titeln. Im Deutschen heißt er Die leisen und die großen Töne. Im Französischen heißt er En Farfare. Im Englischen oder der internationale Verleih-Titel ist The Marching Band. Ja, den haben wir in der Sneak Preview gehabt. Der startet kurz nach Weihnachten in den deutschen Kinos. Wir haben euch gleich darüber berichten. Dann habe ich Gladiator 2 endlich gesehen. Werde darüber berichten. Und im Heimkino gab es für den Chris Cash Out. Mal gucken, was es da zu gewinnen gab. Wir haben noch ein paar andere Sachen hier mit in der Liste stehen. Da schauen wir mal, ob das zeitmäßig noch passt. Ähm, Idiocracy habe ich endlich mal nachgeholt. Bei den Serien habe ich mich gerade in die Serie From reingearbeitet und binge die gerade, suchte die gerade weg. Die wollen wir irgendwann besprechen bei Fortsetzung folgt. Und ich habe da auch so sehen reingeschaut und die ist sowas von gut. Und dann habe ich bei Apple TV, war das glaube ich, Apple TV? Ja, wo ist Wanda zu Ende geschaut? Da vielleicht ein paar Worte. Aber je nachdem, wie es mit der Zeit her passt. Ansonsten rutscht das in die nächste Woche rein. Ihr seht es ja in den Shownotes, ob wir das heute drangenommen haben oder nicht. Fangen wir erstmal an mit die leisen und die, oder willst du das machen, die leisen und die großen Töne? Weil dann kann ich nachher, ich habe ja nachher Gladiator. Ja, aber ich habe ja den Banger noch mit Cashout. Also ne. Achso. Können wir zusammen, die leisen und die großen Töne. Es geht wieder mal um einen Dirigenten. Das scheint so in den letzten Jahren das Ding zu sein. Nach Tar, dem Film. Oder was gab es denn da noch alles? Da gab es da noch so ein paar Filme mit irgendwelchen Dirigenten. Also wir hatten da letzten, ach ja, Maestro mit Bradley Cooper, der auf Netflix dann mal lief. Also es gab irgendwie einige Filme jetzt mit Dirigenten, die irgendwie in Strugglen geraten. Und so ähnlich ist es ja auch, französischer Film. Und die Hauptrolle spielt Patrick Lefebvre. Und den kennen wir aus diversen Filmen. Ne, Laverne, Entschuldigung, nicht Lefebvre. Ach, total falsch gesagt. Entschuldigung. Was ist das denn? Benjamin Laverne. Den kennen wir aus diversen Sneak Preview Filmen, die wir schon hatten. Ihr könnt zum Beispiel bei, in unserem Sneak Preview Posting mit der Abstimmung einfach mal auf den Namen klicken, bei Besetzung. Und dann seht ihr, wo wir den schon überall hatten. Nämlich bei Jean de Barry hatten wir den. Bei A la carte, Freiheit geht durch den Magen, hatten wir den in der Sneak. Dann bei Mein Liebhaber, der Esel und ich, wo die Frau da mit dem Esel durch die Berge zieht. Bei Birnenkuchen mit Lavendel hatten wir ihn. Und ja, ein bekannter französischer Darsteller. Und der spielt einen Dirigenten von einem US-Orchester, wenn ich mich da recht erinnere. Und der ist weltweit unterwegs, so als Gastdirigent, ist richtig gefragt. Und als er das eine Mal bei einer Probe ist, bricht er danach zusammen. Das sieht man auch gleich schon im Trailer, passiert auch in den ersten paar Minuten. Und bei ihm wird Leukämie festgestellt. Und was jetzt irgendwie so klingt wie, ach, jetzt geht es um den ganzen Struggle mit seiner Krankheit und so. Nee, kann ich euch beruhigen. Es ist gar nicht so, sondern es geht darum, er versucht, oder es gibt natürlich eine Hilfe für ihn, dass er Knochenmarkspender findet. Und dann sucht man natürlich wegen der genetischen Kompatibilität am ehesten erstmal in der Familie. Und er hat eine Schwester und sie lässt den Test machen. Und da wird festgestellt, nee, die ist überhaupt nicht kompatibel. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise Geschwister da eine sehr hohe 1 zu 4 Chance haben, dass es geht. Und dann wird festgestellt, dass sie überhaupt einen ganz anderen genetischen Fingerabdruck hat als er. Was bedeutet, dass einer von den beiden irgendwie offensichtlich nicht von den Eltern ist. Und so bekommt er dann von seiner Mutter eröffnet, dass er adoptiert ist. Und er ist mittlerweile ja schon, weiß nicht, fast zwischen 40 und 50, würde ich sagen. Und er hat es vorher überhaupt nicht gewusst. Und das ist natürlich auch erstmal eine Message für ihn. Es ist aber jetzt nicht dramatisch oder düster, der Film. Sondern er nimmt das alles mit so einer Leichtigkeit und mit so einer Selbstironie. Und er erfährt dann aber noch, dass er einen Bruder hat, der auch zur Adoption damals freigegeben wurde. Und er versucht, diesen Bruder ausfindig zu machen, den Jimmy. Und er lebt in der Nähe von Lille, so im Norden von Frankreich. Willkommen bei den Sties, lässt grüßen. Und in dieser kleinen Stadt ist natürlich alles, was so ein bisschen außerhalb der Metropolen ist. Die sind natürlich alle ziemlich am Struggle mit der Industrie. So ist dann dort auch so das einzige große Werk, was es dort in diesem kleinen Ort gab, in der Nähe von Lille, ist schon geschlossen. Und die Gewerkschaften, die an Frankreich sehr stark sind, die versuchen aber trotzdem irgendwie noch zu kämpfen und das Werk zu blockieren, damit die Investoren da die Sachen nicht abziehen. Und dieses Werk hat auch eine Band, wie es der Englische sagt, eine Marching Band, also die dann immer so spielen. Und die treffen sich halt auch immer noch. Und ja, er trifft dann seinen Bruder, Jimmy. Und der ist erst mal so völlig so, hä, du tauchst dir einfach auf und bla. Und er wusste halt auch nicht, dass er einen Bruder hat. Er ist von einer Pflegemutter großgezogen worden. Das wusste er, dass sie nicht seine Mutter ist, aber dass er noch einen Bruder hat, wusste er nicht. Und da ist für ihn natürlich auch erst mal ein bisschen was zu verarbeiten. Und er lässt dann aber auch den Test machen. Und der ist auch offensichtlich kompatibel. Und so lassen sie dann auch die Prozedur durchführen. Das wird alles gar nicht so lange ausgewalzt. Das ist angenehm schnell geschnitten. Und das passiert auch alles, was teilweise sich irgendwie über eine lange Strecke hinzieht. Und da natürlich die beiden Brüder sich jetzt wiedergefunden haben, die aber jetzt gefühlt aus völlig unterschiedlichen Welten kommen. Also der eine so ein Metropolit, der Star-Dirigent, der überall hofiert wird. Und der andere, der wirklich ganz unten quasi arbeitslos und jobbt in irgendeiner Küche, teilt da Essen aus für Kinder und so weiter. Und irgendwie so völlig andere Welt. Und auf Bestreben von unserem Thibaut, unserer Hauptfigur, der versucht halt ein bisschen mehr zu connecten mit seinem jüngeren Bruder, den er jetzt gerade wieder entdeckt hat. Und so kommt es halt auch dazu, als diese Band in dieser Kleinstadt ihren Dirigenten verliert, weil der Dirigent bekommt ein Engagement. Also er bekommt einen neuen Job. Und er muss den unbedingt annehmen wegen des Geldes. Und er muss halt dort wegziehen aus dieser Stadt. Da kommt es halt dazu, dass Thibaut, der Star-Dirigent, da erstmal mit aushilft und seinen Bruder fit machen will, dass er dort Dirigent wird in dieser Band. Und die haben natürlich auch einen Wettbewerb vor der Nase, den sie da gerne spielen wollen. Und wenn man denkt, ja, ich weiß jetzt, wie es läuft, ja, der hilft denen dann und dann gewinnen die und alles. Friede vor der Eier gucken. Naja, ganz so ist es nicht. Da sind schon noch einige Wendungen drin und da passiert schon noch einiges. Und hier, der Film ist eigentlich so das beste Beispiel für Der Weg ist das Ziel. Da gibt es jetzt nicht so ein richtiges Ziel, worauf hingearbeitet wird, sondern es geht eher um diese Zwischentöne von den beiden, die sich kennenlernen und aus völlig unterschiedlichen Welten kommen, aber doch irgendwie ein Fleisch und Blut sind. Und darum geht es eigentlich in dem Film. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, dass man halt tatsächlich auch merkt, dass sie doch einfach die gemeinsamen Interessen auch verfolgen, obwohl sie nichts voneinander wissen und dann doch die ziemlich gleichen Talente auch haben. Und ja, es ist halt auch die Frage immer mit aufwirft, was wäre gewesen, wenn beide zusammengeblieben wären oder wenn der andere Bruder in die Familie gerutscht wäre oder was weiß ich was. Also solche Fragen werden halt auch mitbehandelt. Und so ein bisschen die Sidequests werden geöffnet, aber jetzt nicht großartig ausgedappt. Also sei es Liebesbeziehungen von beiden in dem Fall oder auch die ganze Hintergrundgeschichte, warum das Werk zugemacht wurde. Und das wird relativ schön kurz gehalten, was ich auch sehr angenehm fand. Also sie wollen dann auch noch so ein Benefizkonzert organisieren in diesem. Ja, alles Mögliche. Also das sind so viele Neben-Story-Stränge. Und dann gibt es natürlich auch in diesem kleinen Ort noch diese ganzen anderen Bandmitglieder, die auch alle irgendwie ziemlich cool sind. Und ja, ich glaube da war ein bisschen Lost in Translation, weil da gibt es dann auch mal so Rap-Parts drin und so, die sind halt blöderweise übersetzt worden. Und manche Sachen hat man so gelassen und mit Untertiteln versehen. Das war ganz gut. Aber manche Sachen, glaube ich, sind ein bisschen verloren gegangen. Ansonsten muss ich ausnahmsweise mal sagen, dass der deutsche Titel, die leisen und die großen Töne, den Film eigentlich sehr gut beschreibt, obwohl es natürlich rein marketingmäßig ein Scheißtitel ist. Also das ist, in was für einen Film gehen wir heute? Ja, die leisen und die großen Töne. Das zieht irgendwie gar nicht. Weil die Töne. Ja, also das zieht irgendwie nicht so richtig. Ja, und massive Töne konnten sie nicht nehmen. Ja, nee, aber das, obwohl der Originaltitel En Fanfare, ich weiß nicht, ob der gezogen hätte im Deutschen oder The Marching Band, ich weiß nicht. Naja, schwierig, schwierig. Obwohl es eigentlich, stimmungsmäßig kann man es sehr gut vergleichen mit Ziemlich beste Freunde, so ein bisschen. Das ist ja auch so ein bittersüßer Film, der teilweise sich über erhebliche gesundheitliche Defizite auch ein bisschen lustig macht und die ein bisschen so auf die leichte Schulter nimmt und darüber ein bisschen Späße macht, aber auf eine angenehme Art und Weise. Und so ist es dann hier halt auch dann, also das wird nicht alles so, das driftet nicht in so eine Düsternis rein und so. Deswegen, ja, es war natürlich, der hat sich ein bisschen verzettelt, der Film, mit seinen vielen Nebengeschichten, fand ich. Und gerade auch, das hat mich auch mal verwirrt, also gab es ein, was ist völlig ins Leere gelaufen. Der eine Storystrang hat mich sehr verwirrt. Welcher? Welcher, welcher, welcher? Ja, das, was ich schon gesagt hatte mit der, oder das, was ich im Kino ja schon gesagt hatte, wo die quasi dieses Benefits-Konzert organisieren, das viel mehr will ich mal nicht verraten. Das war irgendwie ein bisschen weird. Naja. Ansonsten, wahrscheinlich wäre es im Original, dadurch, dass die auch wirklich rein sprachlich gesehen, es wird ja so ein bisschen parodiert bei Willkommen bei den Sties, dass die Franzosen im Norden ja wirklich teilweise ganz anders sprechen und einen ganz anderen Dialekt haben und so. Das kann es natürlich in der deutschen Synchro nicht so richtig rüberbringen. Das haben sie bei Willkommen bei den Sties ja ziemlich gut gemacht. Aber hier halt, ja, wird wahrscheinlich ein bisschen was in der Übersetzung verloren gegangen sein. Trotzdem ist es ein sehr sehenswerter Film, den wir reingeschoben bekommen haben. Denn der Film, den wir eigentlich bekommen sollten, der kommt ja zu einem späteren Zeitpunkt, habe ich gehört. Also der auf den Tipp auch eigentlich gepasst hätte von der letzten Woche. Der soll wohl in zwei, drei Wochen oder so kommen, habe ich gehört. Hast du richtig gehört, ja. Wird wohl daran liegen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht trifft ja meine Vermutung zu, ich weiß es ja nicht, muss ich dazu sagen, vielleicht trifft meine Vermutung zu, dass der eine Film, der ja auch getippt wurde, wo ich gesagt habe, na, ich glaube nicht, dass der jetzt schon in Deutschland läuft, weil ich habe eine Mail bekommen, dass der jetzt erst mal Premiere feiert irgendwo. Deswegen, das würde mich sehr verwirren, wenn der vor der offiziellen Premiere läuft. Vielleicht ist es der, ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich sage dazu mal gar nichts. Du darfst nichts sagen. Ich weiß ja gar nichts, deswegen ich darf es sagen. Und, ähm, aber zurück zu die leisen und die großen Töne. Wie hat er dir gefallen? Was gibst du an Punkten? Empfiehlst du ihn weiter? Oh Gott, ähm. Viele Fragen auf einmal. Ja, deswegen war ich ein langes, nachdenkendes. Mir hat er sehr gut gefallen tatsächlich. Es ist ein ruhiger Film, der sich die Zeit tatsächlich auch nimmt, immer mal wieder auch zurückzukehren zu den, zur eigentlichen Story. sich, ja, vielleicht ab und zu mal ein bisschen leicht verzettelt, aber ansonsten auch so ein bisschen getragen ist, wie so ein, ein klassisches Stück Musik, würde ich mal auch sagen. Es ist gut geschauspielert, es ist schön umgesetzt, es sind teilweise liebenswerte Charaktere dabei und dieses ganze Setting, diese ganze Geschichte an sich. Ich habe, als ich die Beschreibung kurz vor Filmstadt gelesen habe, gedacht, es läuft in eine ganz andere Richtung, weil es da eben heißt, er sucht seinen Bruder und dann, dann habe ich gedacht, ja, das wird vielleicht so eine größere Suche. Aber das war ja schon relativ schnell abgefespert. Insgesamt fand ich es wirklich eine sehr, sehr gelungene Sneak. Wird das so ein Film, den ich ohne Sneak nie gesehen hätte, wo ich aber am Ende des Tages sage, ja, finde ich schön, dass ich den gesehen habe, weil den kann man, um jetzt die erste Frage zu beantworten, kann man auf jeden Fall weiter zu empfehlen, oder weiter empfehlen nach meiner Sicht und ich gebe ihm 7,5 von 10 Punkten, weil die hat er sich absolut verdient und wie gesagt, prädikal zehenswert. Auf jeden Fall. Also ich mag auch den Hauptdarsteller, auch wenn ich seinen Namen vorhin nicht parat hatte, aber entschuldige uns, das ist doch ein bisschen früher am Morgen hier aufnehmen. Ja, das ist halt immer diese Leute, wo gestern im Stadion waren. Ja, genau, ich bin auch immer noch ein bisschen heiser. Danach sich hier noch so richtig mit Cola und alkoholfreiem Bier weggeschossen haben. Nee, ich hatte gestern gar nichts getrunken, weil es war so kalt, es wäre dann alles so kalt gewesen, wenn man da was getrunken hätte. Hätte halt einen Tee getrunken. Also zurück zum Film, Benjamin Laverne, der ist ja Mitglied der Comedy Francaise, also quasi am französischen Nationaltheater und er ist dort festes Mitglied, deswegen sieht man auch, wenn er im Film ist, ist ein riesenlanger Titel, wenn die Namen erscheinen, Benjamin Laverne, Comedy Francaise und so weiter, weil das ist quasi wie so ein Adelstitel, wenn du da in dem Ensemble drin bist und man merkt auch, der ist ein ganz erfahrener Dash und der kann auch diese, ja, wie der Film halt so heißt, er kann auch diese leisen Töne, also ich erinnere da an die Szene, wo er zum ersten Mal bei der Probe von der Band ist, von seinem Bruder, die wirklich ein bisschen schräg gespielt haben und er hat mit dem Mund gelächelt, aber mit den Augen geweint, um es mal so zu sagen. Und das hast du sehr schön ausgedrückt. Oh, ein bisschen Gänsehaut gerade bekommen. Ja, und das war so cool gemacht und hat mir so gut gefallen auch und ja, war echt genial geschauspielert und auch sein Bruder, der ja diesen Stie aus der Nähe von Lil spielen muss, der aber trotzdem dieselben Wurzeln hat wie sein Metropoliter Bruder und so. Also, das war schon sehr, sehr gut gemacht. Also, ich gebe dem Film auch siebeneinhalb von zehn. Wie gesagt, war drehbuchmäßig ein bisschen hakelig an manchen Stellen und hätte man besser machen können an manchen Stellen, aber ja, trotzdem sehenswerter Film. Check den aus, der läuft kurz nach Weihnachten. Was, finde ich, eine ideale Zeit ist für den Film. Also, gerade wenn du in der Weihnachtsstimmung seid und so vielleicht mit Familie oder so, vielleicht auch mal mit den, wenn ihr zu Besuch seid bei den Eltern oder so, schleppt die mal mit ins Kino. Das ist ein echt guter Film. Wenn bei euren Eltern oder Großeltern, wenn denen ziemlich beste Freunde gefallen hat, dann sagt mal, hey, dann lasst uns mal jetzt nach den Feiertagen ab dem 26.12. mal ins Kino gehen. Wir schauen mal den Film an. Der hat zwar einen komischen Titel, aber der ist echt gut und der ist auch wirklich gut und der wird, gebe ich euch Brief und Siegel, der wird euren Eltern auf jeden Fall gefallen und der wird euch auch gefallen, weil da ist für jeden was dabei. Da ist für die jüngere Generation was dabei, so mit TikTok und sonst was allem und auch für die Älteren. Ja, also das ist für alle was. Deswegen absolute Empfehlung, auch wenn es wertungsmäßig jetzt nicht ganz, ganz oben ist bei uns, aber auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Und werfen wir doch mal einen Blick hier in unsere Kinocast.net-Sneak-Preview-Bewertungen. Oh, da liegt er auch im absolut vorderen Bereich. Ist für mich auch mal so eine kleine Wundertüte. Ich stelle die Abstimmung immer Montagabend rein und klick meistens selber gleich meine Wertung und dann gucke ich bis zur Aufnahme jetzt am Sonntag nicht mehr rein. Und also die niedrigste Wertung ist ein Ausreißer nach unten mit vier Punkten. Ist aber nur eine Person gewesen. Und alles andere liegt so im vorderen Bereich. Okay, den Sechser müssen wir auch noch mit reinnehmen. Ist auch eine Stimme. Aber der Rest ist so zwischen sieben und zehn. Ja, also ja. Und weitere Empfehlungen. Ja, wahrscheinlich der eine, der vier Punkte gegeben hat, ist die eine Nein-Stimme. Der Rest empfiehlt den Film einfach mal weiter. Und ich weiß nicht, wann wir zuletzt mal so ein eindeutiges Ergebnis hatten. Ich glaube, mir fällt spontan nichts ein. Ich könnte jetzt mal recherchieren, aber. Auf jeden Fall ein Zeichen. Ja. Es ist auf jeden Fall ein schönes Zeichen auch. Also merkt euch den Film vor, weil das sind jetzt noch, ach nee, ist gar nicht mehr so lange. Weihnachten ist ja bald. Ja, Weihnachten steht quasi von der Tür. Es ist ja nur noch einen Monat hin. Ich wollte gerade sagen, naja, noch ein paar Monate hin. Jetzt sehe ich gerade, ach nee, heute ist ja der 24.11. Also hey Leute, in einem Monat ist Weihnachten. Und ja, merkt euch den Film vor. Macht euch Knoten ins Taschentuch oder was weiß ich, tragt euch das schon mal jetzt in euren Kalender ein. 26.12. Startet der Film in den deutschen Kinos. Die leisen und die großen Töne. Und wenn ihr vielleicht, ja genau, wenn ihr vielleicht noch keine Idee für ein Geschenk habt, dann ladet doch eure Älteren einfach mal ins Kino ein. Sagt, hey, ja, warum nicht? Gibt es auch so Kinokutscheine und dann lasst gleich mal gehen. Das ist echt ein empfehlenswerter Film für die ganze Family. Und so, wie lautet denn der Tipp für die Kinoleitung, der hoffentlich dann Bestand hat, dass nicht wieder was völlig anderes kommt, für die morgige Sneak am 25. Tatsächlich ist der Tipp diesmal nicht von der Kinoleitung, sondern von einem dir wohlbekannten Co-Moderator dieser Sendung hier. Von dir? Ja, dieser Tipp ist von mir, weil ich weiß diesmal, was kommt. Weil es war so diese Entscheidung, ich weiß nicht, was man da tippen soll, wie man da einen Tipp formulieren soll. Und dann habe ich mir den Trailer kurz angeschaut und kam dann zu diesem Tipp, der heißt Kein Bett im Kornfeld. Das ist der Tipp für die Sneak 1244 am Montag, den 25.11. Kein Bett im Kornfeld. Okay. So, und jetzt Erik. Jetzt, wo ich weiß, dass du... Wie viele falsche Tipps sind jetzt schon eingegangen? Jetzt, wo ich weiß, dass du den Tipp gemacht hast, da hätte ich ja in eine ganz andere Richtung gedacht hier. Aber, also ich habe getippt, den neuen Film mit, wie heißt sie, Seisha Ronin, The Outrun. Weil, da ist sie ja draußen unterwegs und schläft halt auch draußen und so weiter und so in der Natur. Und könnte, könnte passen. Könnte passen. Auch wenn du jetzt sagst, das sind alles falsche Tipps hier, aber das dir glaube ich einfach mal nicht, weil du jetzt weißt, was kommt und du willst uns nur auf die falsche Fährte führen. Es hat der Martin noch getippt, ähm, der Vierer, ähm, der startet glaube ich auch diese Woche. Äh, die Selina hat getippt, äh, das Meer ist der Himmel und Wiener, muss ich ehrlich sagen, habe ich von beiden Filmen noch überhaupt nichts gehört. Da muss ich mal reingucken hier in die, in die Trailer. Hm, mal schauen. Kein Bett im Kornfeld. Mal gucken. Also, morgiges Sneak, ihr könnt auch bei kinocast.net, da kommen ja noch manchmal Tipps dazu am, am Montag, ähm, schaut da ruhig mal rein und, äh, ihr könnt dort auch, ich habe da jetzt auch so einen Link mit drin, wo ihr direkt, äh, Tickets für die nächste Sneak Preview kaufen könnt, wo ihr direkt zur Seite kommt von den Innenstadtkinos, müsst ihr halt noch draufklicken und dann ein bisschen scrollen und dann seht ihr die Sneak Preview. Kann man leider nicht immer direkt verlinken, aber ihr seid dann direkt beim Programm und wenn ihr sagt, ach, morgen habe ich Bock, gehe ich mal hin. Kino ist warm, da schneit es nicht. Obwohl, morgen soll es wieder schön werden. Okay, das waren die Sneak Tipps und kommen wir mal zu den weiteren gesehenen Filmen. Da habe ich mal Gladiator 2 angeschaut. Jawohl. Nachdem ich jetzt in den letzten, weiß gar nicht mehr, wann, ich habe nochmal bei Gladiator 1 nochmal reingeschaut gehabt, und habe ich mir gedacht, ja doch, vielleicht gucke ich doch mal Gladiator 2. Ich hatte ja so ein bisschen Bedenken, weil der Trailer sah ein bisschen komisch aus. Habe ich gedacht, okay, das wird bestimmt nicht gut. Ich kann schon mal ein bisschen vorwegnehmen, es ist gut geworden. Ja, es ist tatsächlich gut geworden und nachdem ja auch die ersten Kritiken reingetrudelt sind aus Amerika und auch nicht nur die die Filmkritiker, sondern auch die ersten, sag ich mal in Anführungszeichen, normalen Zuschauer, ihre Bewertungen abgegeben haben und drüber getwittert haben und geblueskied haben und gethreadst haben, sonst was alles, habe ich gedacht, vielleicht hat der Film doch was. Also rein von der Story her, wir befinden uns, wenn wir uns erinnern, Gladiator 1, der endet ja mit dem Tod von Maximus und der hatte ja den Traum gehabt vom gerechten und besseren Rom und einige Jahre später, ich glaube 16 Jahre oder so später oder wir befinden uns kurze Zeit später, sagen wir es so und da ist dieser Traum schon wieder zusammengebrochen, also das in Rom regieren so ein ganz weirdes Kaiser-Brüderpaar Geta und Karkala habe ich übrigens nachgelesen, die waren zu dem Zeitpunkt eigentlich nur zehn Jahre alt oder so die richtigen, aber die hier sind schon schon größer, musste man natürlich aus dramaturgischen Gründen so machen, aber die sind halt irgendwie beide total weird und ja, ganz seltsam und die regieren dieses Rom auch total weird und haben Expansionspläne, die wollen halt größer werden als alles, was vor ihnen war und schicken darum ihre Truppen sonst wohin in ganz weit entfernte Gebiete, die die für Rom erobert werden sollen und so lernen wir auch Hanno kennen, also nicht Hanno, sondern Hanno, gespielt von Paul Mescal und der lebt in Nordafrika im in Numidien, das war glaube ich damals das Gebiet vom heutigen Libyen oder Algerien, so irgendwo so da oben die 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 Grenzregion, ich weiß nicht ganz genau, wo es war und da sind die römischen Truppen unter der Führung von Marcus Arcadius, gespielt von Pedro Pascal, unserem Mandalorianer, die sind auf dem Weg von von Ägypten glaube ich rüberwärts und erobern das alles Nordafrika und so erobern sie auch diese letzte Festung von von Numidien nämlich und da ist eben Paul Mescal der wird gefangen genommen, kommt wird quasi versklavt für Rom zurückgebracht nach ins römische reich und dort fällt er dem Denzel Washington der ist so Leiter von so einer Gladiatorenschule dem fällt er da ins Auge dass er eben sehr gut trainiert ist und sehr gut kämpfen kann und die machen da auch so Art Casting für für Gladiatoren die in dem Tod enden von denen die nicht gut kämpfen können und deswegen ja er setzt sich da durch und wird dann Teil dieses dieser Gladiatorenschule und dann ist so ein bisschen so die ja man könnte jetzt denken ja das ist dann so die Story die man schon kennt aus Gladiator 1 aber da ist durchaus noch ein bisschen mehr drin und ich überlege gerade die ganze Zeit wie viel ich verraten kann und möchte denn da ist noch einiges drin auch storymäßig was er für Verbindungen hat nach Rom und weshalb er auch die römische Sprache sprechen kann woher das kommt und warum er manchmal Sachen plötzlich wiedererkennt und so weiter das möchte ich mal nicht so verraten ich weiß jetzt gerade nicht was alles noch im Trailer in dem neuen Trailer alles drin ist und ich finde es auf jeden Fall gut wie sie die Story umgesetzt haben es gab ja diverse Pläne für Gladiator 2 das war ja mal irgendwie ein Gedanke dass das ist da quasi der Maximus also der der Russell Crowe die Unterwelt Geschichte erzählen soll wo er dann jetzt ist als Gestorbener und sowas das war ja alles Quatsch und so also hier jetzt diese Geschichte wieder aufzulegen und der Paul Mascale der spielt das richtig richtig gut fand ich also ich kannte den Schauspieler so in so einer Hauptrolle irgendwie gefühlt noch nicht ich habe den zwar glaube ich schon mal irgendwo so ein bisschen gesehen bei bei ein paar anderen Sachen ich glaube in diesem Oscar nominierten All of Us Strangers war er mit drin und so aber so richtig dass er so eine große Hauptrolle in so einer Big Budget Produktion hatte war mir nicht bewusst und was wir schon mal besprochen hatten Chris wir hatten ja auch gehört dass Dental Washington dass er sehr gut angekommen ist in der Rolle dass da von Oscar Nominierung die Rede ist und das kann ich nur unterschreiben also er spielt das so ganz er ist natürlich in der Gladiatorenschule also einerseits holt er sie so ein bisschen raus aus diesem Sklaven Dasein und gibt denen die wurden ja sehr gut verpflegt und alles aber andererseits zuckt er halt auch nicht mit der Wimper um sie in den Tod zu schicken oder sie kämpfen zu lassen und er spielt das auch sehr gut und er hat halt auch noch weitere Pläne weil durch seine erfolgreiche Gladiatorenschule hat er halt dann auch politische Ambitionen die er umsetzen will und das spielte halt so richtig gut Denzel Washington also da würde ich mich wirklich über eine Oscar Nominierung nicht wundern was ich auch schön fand Gladiator 1 hatte ja einen sehr bekannten Score der auch weiß nicht ob der Oscar bekommen hat bin ich mir gerade nicht sicher ich fand es schön dass der Original Score hier an ein paar Stellen auch wiederkommt und natürlich dann auch noch neuer Score der auch sehr sehr gut klingt der aber wahrscheinlich nicht an den Gladiator 1 Score rankommt der aber auch ein schönes Thema hatte und der auch gut gepasst hat ansonsten ist hier wirklich ein überraschend gutes Schlachtenepos von Ridley Scott nachdem mich ja Napoleon so enttäuscht hat vielleicht lag es auch daran dass man bei Napoleon ähm geschichtliche Verfehlungen in der Geschichte weniger akzeptiert als jetzt hier wenn es irgendwie ums ums alte Rom geht das ist halt doch gefühlt irgendwie noch ein bisschen weiter weg und man kennt sich doch nicht so sehr aus von Napoleon hat man in der Schule doch ein bisschen mehr gehört und das wurde zumindest bei uns sehr intensiv durchgenommen welche welche Schlachten wann und wo weil das natürlich auch irgendwie alles gefühlt sich auf unseren Gebieten abgespielt hat während so im Rom wer da wann wo geherrscht hat das war ja ein ein riesen Durcheinander teilweise und die ganzen Intrigen und Ränkespiele also alles was irgendwie nach Cäsar war dieser ganze Downfall von Rom vom Römischen Reich der war mir nicht mehr so präsent ich weiß nicht wie es dir da geht du bist da noch ein bisschen näher dran an diesen Themen da aber ich wüsste jetzt nicht wer da wann wo wie welche Gebiete erobert hat nach Cäsar und so deswegen wobei ich das jetzt schon ein bisschen frech finde von dir zu sagen ich bin da näher dran ich meine du warst live dabei also ja so meinst du am alten Rom oder an Napoleon beides ach so wenn ich dein Methus an dem Alter anschaue dann beides ich meine das ist ja das Gute wenn man mal von einem Vampir gebissen wurde man lebt halt ewig also das ist halt ja aber wer hätte an können dass es Niklas Cage ist also von dem her ist egal wer es ist ich nehme das ewige Leben ja Alpha will forever young pack mal auf die Playlist ähm okay dann fand ich auch sehr schön dass ähm Darsteller aus dem ersten Teil hier auch wieder mit aufgetreten sind zum Beispiel Conny Nielsen die ja die Frau von Maximus gespielt hat im ersten Teil weil die hat auch hier noch eine wichtige Rolle ähm will ich nicht spoilern was das für einen Zusammenhang gibt und Pedro Pascal natürlich ich glaube der kann alles spielen ich weiß nicht also das ist das ist irgendwie so ein wo er mitspielt also wo er ist ist oben glaube ich also das ist irgendwie also er hat mich noch nicht eines besseren belehrt dass ich gesagt habe okay vielleicht doch mal ein bisschen vorsichtig sein mit der Rollenauswahl bis jetzt hat es immer gepasst und ja ähm empfehlenswerter Film ist ein sehr epischer Film passt fürs Kino für die große Leinwand äh toll inszeniert und ist diese Änderung in der tatsächlichen Geschichte man kann es natürlich alles nachlesen was da alles anders was alles umgebogen wurde damit es hier passt aber es wird halt im Gegensatz zu Napoleon muss ich sagen sind hier diese Änderungen herbeigeführt worden um die Geschichte packender und toller und spektakulärer zu machen während bei Napoleon hat es halt das Puzzle nicht zusammengepasst ja es wurde halt vieles geändert aber es ist halt nicht zum Guten der Story gewesen und hier ist es halt wirklich so dass alles schön ineinander greift und ein sehr packender Film trotz seiner Länge von zweieinhalb Stunden äh hat er mich nie gelangweilt es ist auch sehr gut geschnitten gewesen gut gespielt und hat mir Spaß gemacht und deswegen ich glaube ich gebe acht Punkte ja doch acht Punkte steht im Dokument drin oh wow hat mir gefallen ähm also das das muss ich wirklich sagen weil du warst am Anfang so oh Gott ja ja der Trailer sah scheiße aus der erste der sah wirklich scheiße aus weil da war auch äh es sind ja auch ähm CGI Tiere drin ne und die sahen im Trailer halt irgendwie noch scheiße aus ich glaube da sind sie nochmal drüber gegangen da sind so Nashörner und so und in dem ersten Trailer vielleicht gibt es den noch irgendwo auf YouTube und die Geschichte sah auch irgendwie meh aus im ersten Trailer deswegen hatte ich da so paar Bedenken gehabt aber ja wer Pedro Pascal mal wieder in einer richtig guten Rolle sehen will und Paul Mescal äh ich bin da fast mit den Namen ein bisschen durcheinander gekommen Paul Mescal und Pedro Pascal also das ist irgendwie schwierig aber ja sehr sehr cool gemacht auch angenehm blutig äh vielleicht ein bisschen blutiger noch als der erste Gladiator und empfehlenswerter Film geht da mal rein Kino im Kino wartet der auf euch oder vielleicht in ein paar Monaten dann äh oder ein paar Wochen heutzutage vielleicht dann schon im Heimkino zum Streamen werfen wir doch mal einen Blick wo der gelandet ist in den Charts und was so Neues anläuft Kino Charts und Neustarts in den Charts auf Platz 5 ist er nicht da ist die Witwe Klikot auf Platz 4 ist Red One Alarmstufe Weihnachten den müssen wir auch noch sehen äh ja Zeit Platz 3 ist hier immer noch der in Anführungszeichen Stuttgarter Überraschungserfolg äh Kranko Platz Nummer 2 ist äh der Film über den es auch einen Podcast gibt der gerade hier aufgenommen wird ähm mit Erik alter Weißermann mhm äh äh Platz 1 überraschenderweise ist Gladiator 2 oh mein Gott hier in Stuttgart jawohl mal gucken wie es nächste Woche aussieht ob der sich halten kann wir werfen nochmal einen Blick in die Neustarts rein mach du mal den ersten komm ich mach den ersten Wajana 2 die Fortsetzung des Disney Hits Wajana über die polynesische Titelheldin den Halbgott Maui und ihre treuen Gefährten hm hab ich ja gefühlt also so trailermäßig nichts mitbekommen nicht viel mitbekommen ne ich auch nicht also ich bin mir gar nicht sicher warte mal ich guck mal bei filmstarts.de doch er steht drin als Kino Neustart ich hab mir gedacht nicht dass es hier so ein äh Disney Plus wird da tatsächlich auch äh im Kino haben war ja auch beworben und alles deswegen da kam ich auch was drauf so oh da kommt ein zweiter ja aber ja gut ähm es läuft ne mach du mal den noch und ich mach den nächsten dann weil den hab ich ja gesehen äh der Vierer eine deutsche Komödie mit Florian David Fitz über ein Langzeitpaar das sich mit einem befreundeten Paar auf einen Vierer einlassen will damit jedoch nur für größeres Chaos sorgt na das ist ja verständlich dass sowas wir hatten so ich hatte so einen Fall mal im alten erweiterten Freundeskreis da haben das welche das ist total schief gegangen okay ähm dann aus der Sneak Preview in Stuttgart der Film Emilia Perez über einen mexikanischen Drogenbaron der eine interessante ähm ja ein interessantes Problem hat er möchte sich nämlich gern in eine Frau umwandeln lassen weil er fühlt sich schon jahrelang als Frau und ja braucht da Hilfe von äh Zoe Saldana und ähm ein sehr guter Film überraschend gut trotz der weirden Story äh ist aber Musical-lastig und der hat mir trotzdem gefallen also das sagt schon einiges ja also vielleicht geht er da mal rein wenn er nicht so Filme äh des Mainstreams so mögt dann guckt den mal und dann haben wir noch Wena ein deutsches Drama über eine das war der Tipp einer der Tipps für die Sneak ja ein deutsches Drama über eine Drogenabhängige Schwangere die vor der Geburt eine Haftstrafe beginnen muss ok ok was war das mit dem Bett im Kornfeld ok gar nichts deswegen ist passt schon ok was haben wir noch das müssen wir jetzt ein bisschen zusammenfassen das Meer ist der Himmel äh ein junger Mann der nach 15 Jahren aus Frankfurt nach Albanien zurückkehrt um die Asche seines Großvaters dann aus der Sneak City of Darkness den hatten wir knallharter Hongkong Action Film in dem ummauerten Bezirk Colon Walt City ja den hatten wir in der Sneak viel Handkanten Action gibt es da könnt ihr gerne nochmal nachhören Caddo Lake verschwundenes Kind am Caddo Lake ok ich glaube die restlichen Sachen sind dann nichts mehr Slingshot hat das was mit dem gab es nochmal so einen Film mit Eishockey oder so nicht dass ich wüsste der hieß Slapshot aber ah Slapshot ok ist lange her na gut wie ich aber gleich wusste was der Herr meint ja Eishockey Filme da bist du am Start schöne Grüße auch an den Terail 76 der Grüße der über deinen Eishockey Podcast über dich hier zu uns gekommen ist zu unserem Podcast Sachen gibt es ja Eishockey Podcast gibt es ja auch nichts Neues hier beim Pausentee aber ihr dürft gerne die alten Folgen nochmal hören ist ja immer mal wieder interessant es gibt schon wieder Gerüchte sagen wir es mal so es gibt wilde Gerüchte jeder der auf Blue Sky aktiv ist weiß es gibt wilde Gerüchte Blue Sky ja folgt uns auf Blue Sky wir sind jetzt auf Blue Sky ähm ja das war es dann mit den Neustarts der Woche mit den Kino Charts und wir schauen doch mal ins Heimkino was sich da so getan hat Heimkino da hat er Chris einen Film gesehen mit John Travolta wenn ich mich richtig erinnere weil da war letzte Woche schon mal ein Gespräch der Film Cashout John Travolta Christine Davis Cashout oder auf Deutsch Zahltag nein ja genau oh nein äh es war tatsächlich diese Zeit wieder dass ich so ein bisschen haben wir geguckt was was bei Sky so gibt und da ist mir dann eben ja wenn du halt John Travolta siehst dann denkst du dir auch okay ja kann man ja vielleicht mal reingucken ist vielleicht ja ein ganz netter Actionfilm und ich hab grad hier nebenher nochmal sogar den Trailer laufen wo die Anfangsminuten kommen wo ich einfach schon das erste Mal so massiv Kopfschütteln musste äh es geht um Mason Goddard der John Travolta verkörpert und der ist ein ja so ein krimineller Verbrecher der für seine Hastes bekannt ist und was weiß ich was alles und dem seine Freundin oder die Frau an seiner Seite und so die landen in auf irgendeinem Flughafen und werden da zu so einer kleinen Party eingeladen auf dem Rollfeld und gehen dann ja gehen dann in eine andere Halle wo der Veranstalter ist und lassen sich die Autos zeigen und weil das kommt alles auch noch im Trailer gleich vorne weg sagen also ich verrate ja nicht den halben Film und stehlen dann eins der Autos und auf der Flucht kommt eben heraus oh mein Gott die Frau an seiner Seite ist eine Agentin und doch also Christine David ist eine Agentin aber John Travolta kann sie abschütteln auf der Flucht und kann entkommen und zieht sich dann mehr oder weniger zurück mit gebrochenem Herzen und gebrochenem allem bis eben sein Bruder beschließt so hey wir müssen noch mal ein Ding drehen wir müssen mal wieder wieder uns ans Geld beschaffen und plant deswegen einen Bankraub und holt seinen Bruder quasi zurück ins Team und da geht sehr viel schief weswegen sie am Ende des Tages in der Bank mehr oder weniger gefangen sind und natürlich wer ist die Person die außen als die Verhandlungen führt natürlich ist es Amelia Deckard also seine Ex und jetzt ist die Frage wie kommt er aus dieser Situation raus und das Speckkaktulärste an dem Film war wie ich es gerade erzählt habe weil dieser Film strotzt vor extrem dämlichen Szenen es ist also es ist wirklich teilweise eine Frechheit also Regie führt Ives einfach nur Ives und das wird auch wenn ich es richtig in Erinnerung habe kommt Ives zweimal bei den Anfangstiteln und zwar einmal ganz am Anfang dann nochmal am Ende der Titel mit nochmal ganz speziell Ives Film by Ives Ives hier steht Randall Emmett Regie Ives Regie Randall Emmett in der IMDB hier steht Regie Ives deswegen weiß ich es auch weil es ist ja auch im Film gezeigt und wie ich es schon gesagt habe der Film strotzt vor Dämlichkeit es ist wirklich danke dass du es mir schickst es ist unglaublich also es fängt schon wirklich an mit der ersten Szene wo die auf diesem Rollfeld landen und rausgehen und die laufen zehn Meter und hocken sich an die Bar also die rollen gerade mit ihrem Privatjet da an und gehen dann direkt an die Bar es ist so bescheuert weil wenn du auf dem Flugfeld stehst weißt du ah da ist es windig wie Sau es ist laut wie Sau und du kannst dann nicht so hocken schon auch schon gar nicht wenn zehn Meter von dir einfach die Privatflieger starten und landen vor allem im Hintergrund wo die gerade landen startet der nächste und der nächste Flieger hätte da schon alles weggepustet dann stellt sich die Polizei natürlich auch am Anfang erstmal wieder saudubbelig an Beispiel auch dann beim Bankraub wenn sie in der Bank drinne sind die Polizei geht in die Aufstellung und die läuft halt mit gezogenen Waffen ganz hart richtig schwer bewaffnet rennt sie einfach vor den Scheiben rum also das ist wie wirklich auf dem Schaufenster präsentiert damit sie sich da positionieren an den Scheiben der Bank entlang die Bank deren Türen natürlich abgeschlossen sind aber die dann nachher auch so einfach von Hand aufgehen können dann schiebt sie einen Rollwagen hin also Christine Davis kommt mit einem Rollwagen mit Getränken und Pizza der nie im Leben über den Bordstein kommt den sie auch den sie hätte hochlupfen müssen aber ist dann so geschickt geschnitten dass sie bis dahin läuft und dann in der nächsten Szene schon weiterläuft teilweise komische Schnitte drin und dann am Anfang unglaublich viele Drohnenflüge also noch schlimmer wie die Helikopterflüge von Jerry Bruckheimer immer zu Beginn es ist ein absolutes Chaos was man alles mit der Drohne aufnehmen kann und wie viel Action da und Geschwindigkeit da versucht wird zu erzeugen und das ist einfach mies es ist ich hab ganz arg selten einen so wirklich doof dämlichen Film gesehen wie den ich hatte über 90 Minuten das Gefühl dass John Travolta der extrem scheiße und ohne Lust an der ganzen Sache spielt da jemandem noch einen Gefallen geschuldet hat und deswegen da mitgemacht hat es ist nicht durchdacht es ist super strange denn der Bankmanager der sieht aus wie Mitte 30 aber hat er schon was er sich was alles erlebt und sieht aus wie Sami Khedira auf Wish bestellt es ist einfach nur um Gottes Willen und wie doppelig auch sein Bruder sich anstellt und die Geiseln also das sind mit die schlimmsten Statisten die sie halt kriegen können weil es sind halt wirklich Statisten die bewegen sich dann auch wie Statisten die rennen auch rum wie Statisten das sieht einfach nur so komplett gekünstelt und unecht aus und dann wird immer so ein bisschen an deren Oberfläche noch so gekratzt mit ja vielleicht haben wir die noch eine lustige Background Story und ja wen lassen wir frei oh wir lassen die beiden Studentinnen frei weil die haben morgen eine Klausur es ist so äh was und nebendran hockt die Schwangere äh hallo was ist das so äh ja ich ich weiß auch nicht es ist ganz 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 dramatisch schlecht gemacht alles und ich hab mich echt geärgert dass ich den geguckt hab also auch diese diese Verhandlungen dann wo sie führen und mit äh was da noch für eine Hintergrund Story mit aufgebaut wird die dann am Ende da noch alles mit rauslöst und ja und jetzt Erik wenn ich zu dir sag so oh ja ähm der Gangster ist auf der einen Seite und seine Ex ist auf der anderen Seite wie geht's dann am Ende wohl aus jetzt ohne groß zu spoilern wenn du raten müsstest was passiert wohl naja das ist doch bestimmt dann so eine Art äh Romeo und Julia Geschichte oder sowas ich sag mal nichts ich hab nur genickt also es ist echt unglaublich es ist so ein bisschen unglaublich weil es auch so so unglaublich vorhersehbar ist und also hab mich sehr sehr geärgert wenn ihr die Möglichkeit habt Cashout anzuschauen macht's einfach nicht schaut einfach Gras beim Wachsen zu habt ihr viel mehr davon oder schaut den Wolken zu wie sie über den Himmel fliegen äh John Travolta hat richtig verkackt in meinen Augen für diesen Film als Regie und was weiß ich was auch da fand ich sogar den Uwe Boll Film fast besser und weil der einfach noch ein bisschen doof dämlich war und das will echt was heißen also hat mich überhaupt nicht gecatcht Erik du kannst dir gerne ein Bild machen Cashout bei Sky ich gebe ihm stolze 1,5 von 10 Punkten so schlecht weil es einfach nur mies ist also ich hab jetzt mal ein bisschen was über den Regisseur rausgefunden ich hab's dir auch uns geschickt hier der dreht übrigens oder hat gerade den Cashout 2 gedreht Zusatztitel High Rollers das wird ja dann Pflichttermin für dich sein ja guck hier S-Ives da steht's doch A-Ives wo Cashout S-Ives ich guck halt irgendwie Randall Emmett das coole ist ja oder das interessante der ist auch als Produzent tätig und ich hab grad durchgezählt also es gab ja irgendwann die News dass Bruce Willis ähm ja so erkrankt ist und nicht mehr so gut irgendwie oder demnächst nicht mehr und dann gab's ja so eine so eine Schwämme an richtigen Scheißfilmen mit Bruce Willis wo er irgendwie so noch halt im Delirium durchgelaufen ist irgendwie so drei Sätze gerade so gerade rausbekommen hat und irgendwie so dieses ja wir haben Bruce Willis in dem Film versucht wurde damit noch ein bisschen was zu ziehen und Randall Emmett hat zehn davon produziert als Produzent also um mal einen Namen zu nennen Out of Death mit Bruce Willis 3,3 Wertung von 10 in der MLB Hard Kill 3,1 von 10 Fortress 3,3 von 10 Fortress Doppelpunkt Sniper's Eye 3,0 von 10 Wrong Place 3,4 von 10 Wire Room 3,6 von 10 was soll ich sagen Survive the Night den hatten wir glaube ich sogar mal besprochen weil da haben wir einen Screener bekommen 4,0 Trauma Center den haben wir auch besprochen während Corona 4,0 von 10 10 Minutes Gone 3,6 von 10 Reprisal 4,3 von 10 das waren alle zehn Filme wahrscheinlich hat er irgendwie so einen Vertrag gemacht mit Bruce Willis ey zehn Filme musst du mir nochmal abliefern und der hat wahrscheinlich der war schon erkrankt und seine Kinder haben für ihn unterschrieben wegen des Geldes irgendwie ja hier komm Opa geh da nochmal rein in die Filme zeig dein Gesicht also die Vita von ihm als Produzent ist auch nicht gerade sehr gut also er scheint so früher hätte man gesagt Videothekenramsch ich weiß nicht wofür diese Filme heutzutage produziert werden für Streaming wer guckt sich da irgendeinen Scheißfilm an da klickst du doch dann ganz schnell weg wenn du sagst das ist nix also den guckst du doch dann nicht weiter da gibt es doch viel zu viel Angebot ich verstehe es nicht naja aber was soll ich sagen wahrscheinlich gibt es immer noch Filmeinkäufer für was weiß ich Sky oder für die Streamingdienste die sich leiten lassen von irgendwelchen Namen Schauspielernamen Storys irgendwas vielleicht Katastrophe auf jeden Fall absolute Katastrophe aber guck ihn dir gerne an ich hab dir ja bestimmt richtig lustig gemacht guck ich nicht an ne guck ich nicht an verstehe ich gar nicht ähm okay die den Film Idiocracy den machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal weil wir sind jetzt zeitlich doch schon etwas weiter fortgeschritten wir gehen gleich mal rüber in den Serienbereich Serien da wäre ich auch die beiden Serien die ich in der Liste stehen habe nämlich From und Wo ist Wanda mal für heute überspringen sprechen wir dann beim nächsten Mal und stattdessen gibt es meine Serie Neustart Empfehlung für diese Woche die erste Neustart Empfehlung ist die Serie Dr. Odyssey und das ist eine neue Disney Plus Serie die startet ab dem 28. November auf Disney Plus und die lief in Amerika sehr erfolgreich ähm die lief dort im linearen Fernsehen hatte dort irgendwie 4,2 Millionen Zuschauer Hauptrolle spielt Joshua Jackson den ich ja kenne aus äh Dawson's Creek zum Beispiel und den man kennen könnte aus Fringe aus aus der Serie und der spielt hier einen 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 Arzt einen Dr. Max Bankman der ist auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff eingestellt und das ist eine Arzt-Serie eine eine Drama die Arzt-Serie die aber in den USA sehr sehr gut angekommen ist und jetzt kommt es auf Disney Plus ab morgen ne Quatsch ab 28. nicht ab morgen ähm ab dem 28. November könnt ihr da mal reinschauen und die zweite Empfehlung ist auf Netflix eine Serie die auch ab dem 28. November läuft nämlich The Madness und die Verrücktheit äh ist hier eine ja ich würde mal sagen eine Verschwörungseinstellung Verschwörungsthriller es geht nämlich um den Charakter Muncy Daniels der eine Medienpersönlichkeit ist und der wird einen Mord angehängt und er flüchte dann vor dem Gesetz weil er das nicht war oder vielleicht war es doch und er versucht äh während auf seiner Flucht Kontakt mit seiner entfremdeten Familie wieder herzustellen damit sie ihm helfen können seinen Namen reinzuwaschen und es soll sehr gut sein was man bis jetzt hört deswegen also ich empfehle ja nicht wo ich denke das ist großer Scheiß deswegen kürze ich das auch ein nicht alles was da anläuft ein was sei vielleicht noch empfohlen wird wahrscheinlich die Kate auch gucken äh die Serie Senna über Ayrton Senna startet auf Netflix ab dem 29. November das klingt auf jeden Fall ganz gut und über eine Spionage Thriller Serie auf Paramount Plus The Agency ja viel Spaß damit und ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar da lassen wenn ihr dann reingeschaut habt in der nächsten Woche ob das was kann ob das was ist dann sind wir eigentlich durch für heute bis auf den Musik-Tipp da hatte ich ja vorhin gerade einen Einfall gehabt und dann nehmen wir den doch einfach halt das war das falsche äh welche Taste war das jetzt hier ach hier Genau dann nehmen wir einfach mal von Alpha Will hier Forever Young als Musik-Tipp weil uns nichts Besseres einfällt ich wollte während des Sneak-Films mal Shazam starten aber das war dann das Lied schon vorbei und deswegen machen wir das okay dann bin ich gespannt was morgen in der Sneak läuft wenn der Chris hier getippt hat ist dann bestimmt was völlig abwegiges dann vom Tipp her bis morgen dann und liebe Zuhörer bis nächste Woche Tschüss Auf Wiederhören Bis bald im Kinocast 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 Bis bald im Kinocast